Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Zweimal im Jahr ist es auf der ganzen Welt gleich lang hell und dunkel. Und heute ist es wieder so weit. Was sich hier im Himmel genau abspielt, das erklärt uns der Jonas Schenker von der Sternwarten Schoffmatt bei Altigen. Wir befinden uns in der Sternwarte der Astronomischen Vereinigung Aarau auf der Schoffmatt. Neben mir sehen Sie unser neu installiertes Teleskop. Zweimal im Jahr kreuzt die Sonne auf ihrer scheinbaren Bahn den Himmelsäquator. Gerade heute, etwa vor einer Stunde, ist das wieder passiert. Die Sonne hat von der nördlichen auf die südlichen Himmelskugeln gewechselt. Astronomisch markiert dieser Zeitpunkt den Herbstbeginn. Gleich wie der Frühlingsanfang wird dieser Tag als Tag- und Nachtgleiche oder Equinoxium bezeichnet. Darum ist es heute an jedem Punkt auf der Erde zwölf Stunden lang hell und zwölf Stunden lang dunkel. Übrigens, die Sonne beleuchtet gegenwärtig die Erden aus dem Sternbild Jungfrau. Merci Herr Schenker für die interessanten Ausführungen. Sterne gibt es auch viel am Modehimmel und die werden gerne kopiert. Charlize Theron zum Beispiel finde ich super. Ich finde Jennifer Lopez sehr gut. Johnny Depp finde ich zum Beispiel cool. Also ganz sicher Katrin de Neuf, was mein Alter betrifft. Ich schaue eben die Modeheftchen, lasse mich ein bisschen inspirieren von dem. Eher mit meinem Coiffeur schaue ich dann damals, was zu mir passt. Ich lasse mich inspirieren von der Schönheit meiner Freundin. Schönheit ist jetzt auch bei Coop ein Thema. Im Herbstmagazin Bote gibt es jetzt Tipps, Trends und Angebote für einen schönen Start in Herbst. Gönnet euch und eurer Haut ein belebendes und ein frischendes Daily Peeling Shower von DAV. Das milde Duschpeeling für jeden Tag massiert sanft und befreit die Haut von abgestorbenen Hautschüppchen. Durch das Lachen und Gefühle zeigen, überkommt das Gesicht eine einzigartige Ausstrahlung. Aber auch erste Falten. Thermo Expertise von L'Oréal Paris ist eine spezielle Pflege, die die Mimikfalten entspannt und das Gesicht jünger aussehen lässt. Die Schuppen sind weit verbreitet und werden als unangenehm empfunden. Damit abfingen muss sich aber niemand. Die Anti-Schuppen-Shampoo von Hedden Childers verhindern bei regelmässiger Anwendung die Neubildung von Schuppen und helfen, den optimalen Feuchtigkeitsgehalt der Kopfhaut zu erhalten. Mit Color Pulse von L'Oréal Paris könnt ihr nach Lust und Laune eure Haarfarbe ohne Ansatzprobleme immer wieder verändern. Das Tönungsmaus für extra intensive, pulsierende und glänzende Farben ist ultra einfach in der Anwendung. Und in zehn vibrierenden Nuancen erhaltlich. Strahlende Augen, breitgefächerte Wimpern, glänzige Lippen und eine gleichmässige matte Tase immerhin. Alles, was dazu braucht, sind die drei Produkte von L'Oréal Paris. Mit Cashmere Perfect, einem zart schmelzenden Make-up mit Puderfinish, bleibt der Tön ebenmässig, samtig und natürlich matt. Die Haut spannt nicht und wirkt zart und weich bei Cashmere. Der neue Panoramic Curl Mascara gibt den Wimpern einen flexiblen Halt und einen lang anhaltenden Schwung. Das patentierte Bürste trennt die Wimpern perfekt und sorgt für einen unwiderstehlichen Panoramablick. Invincible Kiss Proof, der Lippenstift mit Tattoo-Effekt. Absolute Farbtreue, extremer Halt und seidiger Glanz. Wer diesen Sommer den Robinson Look und drei Tage Bart schick gefunden hat, der hat im Herbst sicher Lust auf ein Glas rasiertes Gesicht. Dank dem revolutionären Nassrasierer M3 Power von Gillette macht Rasieren wieder richtig Spass. In den Go-Bleden bekommt ihr diesen Nassrasierer jetzt zum Einführungspreis. Mehr über das neue Rasiererlebnis erfahrt ihr in einer Woche. So sicher wie die neue Mode, kommt im Herbst der neue Obstsaft frisch an die Presse in die Läden. Verarbeitet und abgefüllt vom Hersteller Bommdor in verschiedenen Betrieben in der ganzen Schweiz. Huren wollen das Obst liefern, ob mit Ross und Wagen oder gerade Donneweis, sind langjährige Partner und wissen genau, was für Qualität verlangt wird. Ich schaue das mal an, das Obst. Und dann sehen wir eigentlich sofort, ist das faul, ist das ein Mischhaufen oder kann man es brauchen. Und dann entscheide ich mir auch, das ist gut. Und ich schaue das eigentlich bei jedem Bauern an, wenn er das bringt. Das Obst, das verarbeitet wird, kommt aus der ganzen Schweiz. Und man braucht etwa 30 verschiedene Sorten, damit der Saft letztendlich seine ausgewogene Geschmack bekommt. Der traditionelle Obstsaft enthalten neben Äpfel auch einen gewissen Anteil Bire. Dieses Jahr gibt es bei Coop neu, aber auch reinen, frischpressten Äpfelsaft. Beide gibt es diese Woche im Sechserpack zum Aktionspreis. Ebenfalls profitieren könnt ihr morgen und am Freitag in Bau und Hobby. Auf sämtlichen Artikel an diesen zwei Tagen gibt es 10% Rabatt. Und schon ist es wieder Zeit, Taupenziebeln und andere Knauen im Garten oder im Balkon Christli zu vergraben. Mehr zu diesem Thema erfahrt ihr in einer Woche. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis dann, auf Wiedersehen miteinander. Untertitelung des ZDF für funk, 2017